Es wird wieder Zeit für einen neuen Japaner und deswegen bestellen wir heute auch bei einem... Wir haben verschiedene Menüs, aber auch Vorspeisen. Ausgebackenes Hähnchen, let's go! Maki, so eine gewickelte Sushi-Rolle. Sieht ein bisschen aus wie ein Mikrofon. Crunchy Rolls, da bin ich Abonnent. Attack on Titan, toll. Nigiris mit Lachsfilet. Ich nehme noch die Hot Spicy Tuna Roll. Schauen wir mal, was dabei rauskommt, denn wir bestellen jetzt. Es ist wohl angekommen! Mh, 2,5 von 5 schmeckt, wie Reis immer schmeckt. Es ist Reis an der Decke, nein! Erstmal Spicy Tuna. Das ist sehr scharf und ich habe jetzt ein Schärfebärtchen. 2 von 5. Ein Lachs-Maki. Guter Lachs, 4 von 5. Als letztes noch die Karage. Die frittierten und gebackenen Chicken Wings sind es hier. Mh, gut gesalzen und viel mehr nicht, aber leider schon kalt geworden durch den Transport. Das muss nicht sein, 3 von 5.